Was soll ich denn sagen? Wir sind GMG Global Music Records. Mein zweiter Tag. Willkommen bei GMG. Das ist mein neuer Musical Kompromiss. Lukas Lea Hartmann. Das ist der Gabriel Maria Momair, unser Sänger. Rosemont Gabriel Maria Momair. Okay. Wir machen dieses Jahr zusammen eine Musicalproduktion, wo wir das Musical Lärme schreiben. Wir suchen noch interessierte Sänger, Tänzer, Schauspieler, die mit dem Gabriel zusammen auf der Bühne das Musical mitsingen und spielen wollen. Wir suchen aber auch Leute hinter der Bühne, die mit Schminken, die hinter der Bühne Inspezienz machen. Tontechniker, Lichttechniker. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Saying bad, but it feels just a little bit bigger now. I was sung on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you all, doesn't you sing? Und mein Herz schreit ein bisschen, wenn ich dein Name höre. Es all just sounds like, ooooh, 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 ooooh. I'm too young, too dumb to realise, that I should've bought you flowers, and had your hand. Should I give you all my hours, when I had the chance? Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways. Cause a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, I'll never get to clean up the mess I've made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like, ooooh, 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 ooooh. I'm too young, too dumb to realise, that I should've bought you flowers, and had your hand. Should I give you all my hours, when I had the chance? Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. GMG gibt auch Gesangsunterricht und Vernötigunterricht und Schauspielunterricht. Also wenn ihr wollt, kommt gerne vorbei, schreibt uns an und wir werden uns sicher melden. Wir freuen uns auf euch. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Glorz ok computers.